es ist mal wieder zeit für ein kurz und knackig ich bin's der dennis ja und ich bin jetzt hier in dem kino da haben wir auch gerade ein lustiges foto gemacht wo man das mal ein bisschen schöner sieht das können wir dann gleich schön einblenden in dem eine 4 meter 48 breite und somit 1 knapp 1 87 hoher 21 zu 9 leinwand verbaut ist und da muss man schon sagen das ist immer eine beeindruckende bildgröße ich selber 1 88 groß wenn ich dann neben so einem großen bild stehe und tom cruise ja ich glaube in echt ist ein bisschen kleiner als ich da war jetzt mal ein gutes stück größer und das schon ziemlich cool ich war aber gar nicht wegen bild hier das ist quasi soweit schon alles vom rafael kalibriert gewesen das gerät ich war heute hier um den ton einzustellen so und jetzt kippe ich die kamera malen und jetzt sehen wir aber holzboden der teppich liegt noch auf dem boden gleich ist es hinter mir also das kino ist noch nicht fertig auch hinten sehen weil es ist noch nicht verkleidet aber der kunde hat eben gesagt er wird wahrscheinlich um die weihnachtstage herum dann final fertig sofa kommt auch erst noch ein paar tage später und wir hatten einfach vorher keine termine mehr frei und haben somit heute also eine grundeinstellung gemacht das heißt also das dba hier eben entzerrt die lautsprecher ent dementsprechend angebunden und ich komme auf jeden fall noch mal wieder also das wird ja wenn alles fertig gestellt ist auch noch mal ordentlich eingemessen final dann das kino basiert auf einer planung von holger heute kunde aber einfach gesagt ja in der bauphase gerade aus designtechnischen gründen hat ein paar sachen noch adaptiert was aber hier wunderbar funktioniert hat trotzdem mit der akustik alles richtig toll platz platz klappt und da muss ich sagen das macht hier schon eine menge spaß ich mag die farbgebung sehr mit diesem ja ich nenne es jetzt mal bordeaux rot und hier sind ein paar echt coole technische lösungen drin und das fürs zweitkino wenn man so möchte denn es gibt oben noch ein wohnraum kino auch quasi mit voller stadtung sodia klein waren ich 7900 eine menge spiele konsolen also hier ist auch definitiv in gamer familie am werk was haben die um noch ein aurus setup ist glaube ich auch noch mit drin und können wir gleich auch mal kurz ein foto mit einblenden aber hier müssen wir auf jeden fall noch mal hin wenn alles fertig ist und da habe ich auch schon die freigabe erhalten ich gehe mal eben ganz kurz mit euch in technik raum denn das schon ziemlich spannend gemacht hier das heißt also der jvc befindet sich hinter einem projektionsglas das ganze wird noch mit lüftern eben versorgt und hier ist auch eine spezielle anlage die zum beispiel für unterdruck im raum sorgt und die tür ich nehme euch mal eben wieder mit also hier sieht man einmal das projektionsglas man kann schon ungefähr sehen patrick mit der kamera hier ist kann das besser zeigen hier unten ist der lüftungsschlitz nach sich wenn unterdruck erzeugt das also dadurch immer die frischstoff wieder rein kommt absolut nicht hörbar im raum eine richtig coole sache und viele viele schöne detail lösungen das ganze mit einer riesen leinwand ich bin schon gespannt hier kommt ein schönes gemütliches sofa rein wie das ganze entfertigt wird aber wir bleiben bei kurz und knackig wir sind schon über drei minuten insofern ich bin für heute hier raus ich denke hier können ein paar schöne weihnachtsfilme geguckt werden und bis zum nächsten mal ciao